Ja Leute und herzlich Willkommen zurück bei Eternal Legends. Ich bin HDSD Steve und... Ah ja, das war Retro! Erstmal haben wir uns vier coole Geschichten angehört und einen Zerberus verkloppt. Einen Mann da. Genau. Einen Werwolf. Äh, lol. Das sieht irgendwie komisch aus. Okay. Äh, in der Stadt ist auch ziemliches Gewusel, wie ihr sehen könnt. Ziemlich viele Leute unterwegs und, äh, ja. Uh, da ist ein Geheimnis. Geheimnis im Schrank. Ich glaub sonst... Zwei Potions, zwei Antidots. Ich hab ja gesagt, kauf keine Heilsachen. Danke. Sonst machen wir ja Sachen nicht wirklich zu interagieren. Wir sehen das ja automatisch, ne? Genau. Wobei, auch da muss man in manchen Spielen aufpassen. Manchmal wird es entweder vergessen, oder aber es wird anfangs mal etabliert, dass es so glitzert. Ja, aber... Später glitzert es nicht mehr. Viele Spiele sind nicht konsequent. Das ist das Problem, ne? Ja, das ist halt das Problem. Zum Beispiel auch hier. Ich mein, wir haben gelernt, dass dieses Kraut einsammelbar ist. Und jetzt zum Beispiel kommen wir nicht drüber, ne? Ja, genau. Das war nur für diesen eigenen Quest einsammelbar, ne? Ja, ja. Das ist halt... Das find ich immer ein bisschen schade. Ich finde das auch. Sehr zweifelhaft, genau. Hallo schon, ich kenn's euch gar nicht. In Vampire Storm wär's jetzt nur da, um sie auszusagen. Ja, ihr seid einfach nur für nix gut, ne? In Vampire Storm kann man die NPCs wenigstens raussaugen oder umwandeln. Ich sag mal so, das ist sogar ne ganz coole Idee, weil euch mal NPCs auch ne Art... Ja, die sind einfach immer nützlich, selbst wenn sie nix sinnvolles machen, außer für Leben zu sorgen, so ungefähr. Ja. Ich bin schneller wie der Wind und ein kleines Kind, welches läuft so geschwind. Ja. Okay. Steht irgendwas auf den Schildern. Achtung, paranormale Phänomene gesichtet. Betreten auf eigene Gefahr. Gezeichnet Behörde zur Bekämpfung böswilliger Geistwesen Luciano. BZBBGL. Okay. Interessant. Wir können ja mal in die Villa reinschauen. Müssen erstmal Rätsel machen. Oder, können wir das auch schon machen? Diesen Schalter betätigen. Inkorrekt. Komm jetzt zu mir. Waa家owä. Ääh? Was? Ich mach' es ganz schön riesig. Es hattel dann glaube ich Mai Tmatic oder so... Wer wagt es mich zu stören... Gustav, danke den Gegner! Was haben wir noch mal für diese Konsolen? Gab's die sogar wesentlich mehr? Hm... Inkorrekt. Wenn jeder so gegen so ein solches Skelett kämpfen... Haben wir irgendeinen Einheitspunkt, welcher der richtige sein könnte? Nein, oder? Ist dumm. Wir können nur testen. Wir können nur testen, ja. Na gut, kriegen wir ein paar Erfahrungspunkte und ein bisschen Gold für. Interessant finde ich, dass wir gar nicht mal so viel mehr Schaden machen als Gustav zum Beispiel, obwohl wir diese OP-Waffe haben. Ne, die OP-Waffe Gustavs Waffe ist ja eh nicht OP. Ja, ja, stimmt. Gustav hat ja 40 oder 50 Angriff mehr bekommen. Cool. Natürlich. Gehen wir denn überhaupt Erfahrung von dem? Ja, oder? Ja. Was, wir kriegen 99 Erfahrungspunkte von denen und zwar 40 Gold oder so, ne? Also... Ganz unwitz ist der Kampf gegen die Typen nicht. Oh, das ist denn was aber so geplant. Aber trotzdem, das ist ja... Na, wobei... Oh, ein Äther. Und auch noch ein Äther. Wow. Den haben wir vorhin aber nicht bekommen. Fett. Dann betätigen wir mal den. Den, korrekt. Phönix wieder mal zwei, Äther mal zwei, High Potion mal zwei. Vor allem vorhin war es noch High Tränke oder ein Part davor und jetzt sind es High Potions, ne? Was ist denn im Inventar? High Potion wahrscheinlich. Ja, High Potion. Ja. Lass mich doch alle in Ruhe. Okay. Das ist jetzt so ein Problem, das wir lösen können. Ich will mal wissen, wie viel... Was als Nebenaufgabe galt. Ne. Vier gibt's ja aber. Hm. Da haben wir wohl ne ganze Menge zu tun. Oh mein, das Haus sein. Oh, da ist Libra. Hallo Libra. Ach, Kindchen. Ich weiß eine Menge über diese Stadt. Warum fragst du denn? Weil ich ein paar Informationen bräuchte. Du bist aber doch kein Spion, oder? Nein. Ein... Ein Hobby. Du bist ein Hobby? Na ja, dann hör mir mal gut zu, du Hobby. Diese Stadt wurde von Kaiser... Freudig... ...dem Zweiten erbaut. Das wird wahrscheinlich gefragt werden. Hm. Der damalige König von Triboli versuchte, hier Gold zu gewinnen. War das auch noch Goldarte, oder was, oder? Hm. Darum ist diese Gegend auch größer besiedelt als Triboli oder für Lucia. Und was sagt man auf Seiten Lucianos davon? Was? Du wagst zu scherzen. Damals gehörten Luciano und St. Merck noch alle zu Terra. Boah. Das ist echt so verwirrend gerade. Ja, ja. Das Problem ist, das kann irgendwie auch alles gefragt werden vom Rätsel, ne? Mittlerweile kann man Terra nicht mal mehr eine Stadt nennen. Khalid überfiel Terra und du glaubst gar nicht, wie schlecht das Verhältnis zwischen Terra war. Okay, danke. Das ist echt so cool. Und du glaubst gar nicht, wie schlecht das Verhältnis von denen zueinander war. Äh. Kannst du von dir nicht auch um was anderes machen? Du hast dich jetzt nur über die Stadt ausgefragt. Achso, stimmt. Hallo. Ah, was gibt's? Einen Tag, ne? Ah, das ist geil, oder? Nichts. Ich guck mich nur hier um. Aha. Also bitte verschwinde. Ich mag es nicht, wenn man sich hier wie in einem Laden umschaut. Bau dir dein eigenes Haus und glotz dort dämlich um hier. Hier bitte nicht. Sangot. Das ist ja schon dumm, sein eigenes Haus losen, das macht ja keinen Spaß. Das finde ich aber gut. Ich meine, warum kann man sich einfach in irgendwelchen Häusern einfach so umgucken, ne? Und niemand sagt was dagegen. Ich finde das gut. So, ich... Wo waren wir jetzt davon schon drinne? Na, hier waren wir noch nicht drinne. Ne, waren wir drinne? Doch, hier waren wir drinne. Hier waren wir in der Mitte schon drinne, oder? Kann ich schon was sehen. Jetzt können wir mal kurz ins Inschauen. Äh. Das ist so ein klassisches Might and Magic Inn, oder? Ja, ja, genau. Das ist ein Might and Magic Inn. So, wir sind jetzt in Might and Magic. Äh, jetzt bleibt die Tür offen. Egal. Da geht es nicht rein, ne? Haben wir schon festgestellt. Da unten? Waren wir gerade eben drinnen, oder? So, da ist auch das Inn. Geht es hier unten noch weiter irgendwie? Hier unten scheint es noch weiter... Ja, genau. Da unten scheint noch der Hafen zu sein. Der eigentlich oben sein müsste. Ja, das ist oben. Mir raten kann ich hier hin. In mir raus setzen seit Rom keine Schiffe mehr ab. Geht mal so das Ganze noch anders aus. Tut mir leid. Im Moment ist das Schiff noch nicht stark klar. Wir müssen später nochmal wiederkommen. Oh, wir kommen später nochmal auf dem Schiff. Danke für die Auskunft, junger Mann. Klar, kein Problem. Wir brauchen noch unser verhandelt Fantasy-Schiff. Äh, wir schauen uns nochmal das Dorf genauer an und kommen dann... kommen dann wieder. Das ist nicht das. Jetzt hat das aber gerade eben so genannt, wie es eben wirklich ist. Ein Dorf. Ist das ein Dorf? Ja. Ich warte, bis das Schiff abgelegt hat. Aber wie fast alle Orte sind Dörfer in sämtlichen Rollenspielen. Ja, ich weiß. Das ist so eine... Seitdem die Schiffe ja nicht mehr eintreffen, blicke ich nur noch auf das Meer und warte und warte und warte. Ich hoffe, dass ich bald wieder eine Arbeit finde. Dörf mich nicht. Ich liebe das Meer. Meer habe ich nicht zu sagen. Das wäre jetzt so ein Ort, wo man dann irgendwie den dann umwandeln muss für einen Säbel und so weiter. Mhm. So und hier... Am besten nochmal ab, bevor wir reingehen. Mhm. Und wir schauen mal noch ganz links, aber mit dem Item da waren wir noch nicht drin. Nicht, dass es irgendwie jetzt stärkeren Krafthandschuhe gibt und nee. Ich wollte gerade sagen, da waren wir doch schon mal drin. Ja, stimmt. Ja, das war doch direkt das erste Haus, in dem wir drin waren. Deswegen war ich jetzt gerade... Warte ich mit dem alten Mann drin? So, das ist der alte Mann. Ich habe den letzten alten Mann schon besprochen. Dann nehme ich den alten Mann, gut als Karl. Wir müssen etwas unternehmen, bevor es zu spät ist. Was ist das bei Pace, der alten Mann? Der Wald ist kaum noch betriebbar. Aber das können wir richtig vorstellen. Und das sind hier solche Schnapsleute, ne? Die sich da bei ihren Schnaps rein in rum, ne? Bestand 50 Monster kursieren dort die Umgebung ab. Sie kursieren nicht, sondern sie kursieren. Es werden zunehmend mehr, wobei in letzter Zeit die Anzahl kaum gestiegen ist. Ich denke, es werden mehr! Es darf und kann nicht sein, dass unser Markt negativ davon beeinflusst wird. Das ist bestimmt die Idee mit den grünen Haaren. Wahre Worte. Unser Warenbestand hat sich um ca. 30% verringert. Wir können das nicht dulden. Denken wir wieder dir. Wir brauchen da gar nicht drum herum reden. Es gilt nun dagegen etwas zu unternehmen. Ich habe auch gedacht, dass das um so ein Kirchentyp ist, aber... Ich frage mich, wie es passieren konnte, dass Peru in eine solche Krise geraten ist. Ich schlage vor, dass ein paar Männer morgen den Wald versuchen, von diesen Bestien auszurotten. Was? Morgen den Wald versuchen? Okay. Schon gut. Wir melden sich freiwillig zur Gruppe. Ja, wir, ne? Ja. Verdammt! Damit ist die Sitzung für heute wohl beendet. Kann ich Sie mal kurz sprechen? Ich bin Protagonist. Worum geht es denn? Um einen Dämon. Dämon? Liebe Güte, komm zu mir und nach Hause und erzähl mir mehr. Oh Gott, der alte Mann will, dass wir zu ihm nach Hause kommen. Bitte nicht! Tun Sie das nicht! Nein! Nein! Ah ja, das leere Haus, in dem wir schon mal drin waren. Und nun ist der Dämon da und könnte eine mögliche Ursache dafür sein. Oh, das ist doch was Schönes. Andere Spieler hätten das jetzt noch mal erzählt. Es gibt genug Mecha-Games. Die erzählen x-mal die gleiche Story. Die hätten jetzt einfach noch mal die ganze Sequenz eingeblendet. Ja, ja, noch mal die ganze Sequenz eingeblendet. Weißt du, du weißt es schon, ne? Aber selbst manche kommerzielle Spiele machen das falsch, ne? Leider kenne ich mich nicht sonderlich gut aus. Es ist bedauerlich, dass es doch so leicht ist, den Dämon zu befreien. Ich werde dir nur eine Geschichte erzählen. Warum müssen eigentlich alte Männer immer Geschichten erzählen in den RPGs? Hm, weiß ich nur jedes Mal, wenn irgendeine Sequenz losgeht. Ne, es lief. Abspeichere ein Foto an. Wenn irgendein NPC sagt, geh in irgendeinen Raum, dann ist da mal eine Sequenz. Ja. Nach dem Krieg wurde ein Dämon gerufen. Man sagt, der wurde aus einer anderen Welt geholt. Ich denke mir, er wollte damit mehr Atmosphäre schaffen ohne die Textbox. Aber es lässt sich einfach immer besser lesen mit Textbox. Es ist auf jeden Fall interessant, aber es ist hier einfach... Die Schriftfarbe ist einfach immer missglückt. Ja. Dieser Dämon traf in den größten Städten einen. Auch in Meru. Hallo! Ich denke, alles in Brand. Durch die Zerstörung und die panische Angst war ein Zusammenleben nicht mehr möglich. Ich frage mich, wo die alle dieses Feuer haben. Auch wahrscheinlich sowas wie Might and Magic oder so, ne? So ein altes RPG. Ja, du müsstest dich mit den alten Rollenspielen auskennen. Ich bin erst seit den 2000ern ungefähr dabei, bei den Westsachen, ne? Es war in der Zeit, eine Lösung zu finden. Eine Lösung, die das Böse besiegt. Das will ich zum Beispiel gerade gut lesen, sowas, ne? Das ist... Ja, das geht so. Durch fünf Kristalle gelang es den Dämon zu verbannen. Zusammen bilden diese ein Objekt, welches sich Wappen der Zerstörung nennt. Ich finde interessant, dass das Durch wahrscheinlich besonders wichtig ist. Das hat als einziges Gelb geschrieben. Ja. Kälte. Hitze. Wind. Erde. Und Wasser. Okay. Wer diese Wappen hat, ist unbesiegbar, unsterblich und hat die Macht, alles zu zerstören. Das sind jetzt aber ganz typische 90er Jahre Grafiken. Hier sowas. Das ist echt 90er Jahre Grafik. Was soll das sein? Das hat man sich immer gefragt bei 90er Jahre Grafiken aus irgendwelchen Rollenspielen. Das sollte so pseudomodern 3D sein, aber auch nicht, weißt du? Ach so, okay, gut. Damit niemand mehr an die Wacht kommt, versucht man die einzelnen Kugeln möglichst weit auseinanderzuhalten. Ach so, das ist logisch, ne? So kann ja keiner was davon, ne? Aufgrund der geringen Werteinschätzungen sind sie bisher aber noch nicht verbreitet. Da keiner mehr weiß, welchen Wert alle zusammen hätten. Der Dämon wird alles dafür tun, um diese Kristalle-Kugeln zu bekommen. Das sollte man auf jeden Fall auch nicht sagen. Ja. Ja. Kristalle, Kugeln, völlig egal. Ja. Gegenstand eben, der unsterblich und unbesiegbar macht. Will Dämon haben, haltet den Dämon auf. Interessant finde ich nämlich, dass hier grad 7 sind, aber es sind eigentlich nur 5 Kugeln. Ja, das stimmt. Um so dieses Wappen zu bekommen. Jetzt wieder drei verschiedene Farben, ja. Ich finde es auch komisch. Ja, das... Und nun ist das... Was? Und nun ist das passiert, was niemals passieren durfte. Wenn der Dämon dieses Mal das Wappen bekommt, sind wir am Ende. Also das Lustige ist ja, er hat ja das wichtigste Wort immer dunkelblau gemacht. Und danach geht's halt hellblau irgendwie weiter. Das ist komisch, ja. Darum müssen wir alle dieser 5 Elementkugeln bekommen, um das Wappen gegen den Dämonen anzuwenden. Siehst du wieder so? Ja. Wir werden dafür gerade stehen und Menschenmögliches probieren, um diese Kristalle wiederzubekommen. Äh, ja. Ich werde euch meinen Sohn, Urala, zur Verfügung stellen. Er mag Oralsex. Urala ist echt ein komischer Name, ja. Vor allen Dingen ging's eher weiblich wegen A halt, ne? Ach, ja. So hab ich denn gesprochen, ne? Weiß ich nicht. Du hast denn anders gesprochen, ist egal. Spricht ihn einfach so wie du praktisch machst. Ach, ja. Er gehört jetzt scheinbar zur Party dazu. Okay, okay. Ähm. Mr. Frosch. Ah, ja. Oh, tut mir leid. Ich vergaß, mich vorzustellen. Mein Name ist Urala Kenshi. Und das ist mein Vater. Was? Was? Was ist dein Großvater? Cornelius. Urala, ja, du weißt, dass du mir einen Gefallen schuldig bist. Entweder hilfst du den beiden, oder ich lasse dich die Kanalisation sauber machen. Das könnte ziemlich dreckig werden. Ich komme ja schon mit. Nach diesem Buch dürfte die erste dieser Kugeln sich im Gebirgsturm befinden. Er ist westlich von hier und befindet sich auf einem Gebirge. Ich hoffe, eure Kampftechniken sind gut, denn ich kann nicht auf zwei Leute aufpassen und gegen die Monster alleine kämpfen. Wir können ordentlich kämpfen, oder Gustav? Wow, jetzt versucht er sich aber schon mit Gustav zu vermitten, ne? Naja, ich gebe mich in dieser Hinsicht mal etwas bescheiden ab. Oh. Interessant, oder? Also, meinetwegen können wir uns auf die Reise machen und die erste Elementkugel suchen. Dagegen ist nichts sein zu wenden. Also dann mal los. Jetzt haben wir so eine Top-Quest, da hast du die... Ja, was ist los? Wollt ihr ohne meinen Sohn gehen? Ihr müsst natürlich noch ansprechen und die Party mit aufnehmen. Ich gehe mit euch. Weißt du schon, der Gruppe schon hat da keinen Press jetzt mehr. Ja, ja. Uh, neue Charaktere. Jetzt müssen wir noch Rena wiederbekommen. Hm, wir haben noch eine Party. Okay. Ich will mal Richtung Speicherpunkt. Das ist immer eine gute Idee. Ich denke, wir können uns auf jeden Fall noch in der anderen... Ja stimmt, wir haben die ganzen Nebenquests noch gar nicht, ne? Ja, ja, richtig. Wir haben noch die Side-Quest... Aber wir haben noch eigentlich mit einem gesprochen, oder? Wir waren ja... Ja, irgendwie schon. Ähm... Aber... Wir können ja mal erstmal uns ihn anschauen. Er ist Level 12. Er ist Soldat. Auf jeden Fall eine Menge Trefferpunkte. Und er hat auch MP. Mal gucken, was er kann. Er ist auch schon ausgerüstet, auch wenn er natürlich momentan ziemlich schwach ist. Er ist ein Magiestab, aber er ist Soldat. Na, guck doch mal, was er kann. Und er hat eine Bandana, okay. Klar, Bandana sind doch ganz normal. Ich will für eine Übergangswert. Guck mal kurz, was er für eine Technik drauf hat. Vita, Engel und Gift. Er ist also ein Weißmagier. Äh, warte, also kurz... Also sag mal kurz, er ist also ein Soldat, der einen Zauberstab trägt und dann Weißmagier ist. Ja, er ist ein... Ja, er ist so ein... So ein Feldarzt, ne? Warum hat man ihn denn nicht zum Paladin gemacht? Das ist eigentlich der Typ Soldat, der auch heilen kann. Das ist eigentlich der Typ Paladin. Ah, er ist auch kein Paladin. Im bestischen Rollenspiel. Ja, er ist aber scheinbar kein Paladin. Er ist ein Soldat, der zuhörigerweise auch Weißmagier beherrscht. Okay... Fallen wir auch rein direkt? Engel, heilt, belebt, Gruppenmitglieder wieder. Ist doch fett. Muss man auch gar nicht erst lernen. Vergiftet Feind. Da steht veriftet. Oder? Geh doch mal zurück schon, da veriftet dich. Ich will das nochmal sehen. Veriftet. Veriftet Feind. Okay. Vieles noch lustiges lachendes Smiley, ne? Dann schauen wir vielleicht einfach mal noch über Charaktere. Ja stimmt, wir haben noch gar nicht... Oh, es gibt also noch einen. Interessant. Er hat gute Verteidigung. Verteidigung. Materienumgang und Ideenreich. Von Angriff, Nervensäge, Axt. Also es gibt sozusagen zwei Pros und einen Con. Und die beiden anderen Sachen sind Story-Dinge, mit denen man sich engagieren muss. Aber stimmt, er hat wirklich genervt bisher. Das stimmt, ja? Er hat wirklich so ein gewissen... Das Angsthals hat sich jetzt das erste Mal gezeigt, indem man nicht so meint, er ist der Kämpfer. Er hält sich da zurück. Na, das wird bestimmt noch öfter kommen. Ich meine, da gibt es Abilities. Warte mal, ich will erstmal jetzt die Leute noch zeigen. Rena... Magie, Angriff... Magie, Angriff, Con... Keine. Nichts. Pro, Frau. Con, Frau. Pro, Angriff... Magie, Angriff, heilige Magie. Con, angeberische Verteidigung. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Das passt nicht, er ist kein Verteidiger? Okay. Ach, Heimat! Das Heimat kann man aber schlecht lesen. Naja, das kann man überhaupt nicht lesen. Okay. Äh, jetzt machen wir mal diesen Ability-Punkten. Con, übermotiviert. Sie haben drei Ability-Punkte. Einen Punkt verteilen, nichts machen. Hat jeder seine eigenen, oder...? Ja, das hatte ich eigentlich gedacht, weil er hätte übrigens auch einen Nachnamen. Hast du dir das schon aufgefallen? Ja, jeder hat seine eigenen erstmal, okay. Aber guck mal, das ist Gustav Manson. Der ist halt so Mandy, der hat... Und der ist Phil Crawford. Phil Crawford, genau. Das heißt bei... Ähm, ja. Sie haben drei Ability-Punkte. Möchten Sie dann auf HP, MP, Verteidigung oder Eingriff verteilen? MP. Wir wollen Guardian Forces nutzen. Okay. Sie haben zwei MP erhalten. Sie haben nun zwei Ability-Punkte. MP. Okay. Okay, wenn du meinst zwei MPs. Ja, wenn ein Ability-Punkt... Dann mach halt, ne? Ich kann mich seit null daran erinnern, ob ich diese Punkte überhaupt jemals verteilt habe. Aber er hat ja keine Abilities. Stimmt. Und... Und Orala? Wahrscheinlich auch noch keine. Hat Rena denn welche? Wäre die interessant? Ja, der ist jetzt interessant. Auch wohl. Also, Phil hat bisher tatsächlich alle drei bekommen, die wir abgestaubt haben. Und... Wir können aber noch Guardian Forces noch verbessern. Können wir durchaus machen. Wir bekommen ja auch noch einige, ne? Ich würde mir die Punkte schon fast aufheben. Aber du kannst ja mal kurz gucken, was du da ändern kannst. Wo sind meine... Ach so. Was passiert denn jetzt? Wir haben ja gerade gespeichert, ne? Kaktor. Wollen Sie Ihre GF um ein Level erhöhen? Sie brauchen 15 Punkte, um Ihre GF auf Level 2 zu bringen. Also, einmal könnte man es einfach schon machen, oder? Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel es davon im Spiel gibt. Und ich meine 15, das heißt also drei Level. So ungefähr. Außer natürlich, die steigen noch mit der Levelzahl. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob man nicht Quatsch... Also, ich persönlich würde noch warten. Bisher sind die Kämpfe ja noch nicht so anspruchsvoll. Aber bis... Ich denke mal, so viel bekommen wir dann wohl noch. Eins, zwei, drei, vier... Fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn. Das sind ja echt unendig viele. Zehn Stück, mhm. Ja, warte mal damit noch. Ich meine, wir haben ja keine Probleme, ne? Eben, genau. Deswegen, wir bekommen... Ich denke, im nächsten oder übernächsten Part sollten wir auf jeden Fall noch eine weitere GF bekommen. Eine Kampfstatistik? Oh Gott. Ja, das ist alles verbuggt. Das wird alles nicht weitergeführt. Äh... Aber es ist auch egal, weil es ist ein blödsinniges Feature. Ja. Das braucht wirklich kein Mensch. Also, sorry, dass mitgezählt werden was für Kämpfer ab. Das mag schön sein, aber nutze ich nicht. So. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Ich freu dich, es ist tief. Und? Euer Let's Play Retro. Wenn wir sehen, wir hätten einen Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Tschö, tschö. Musik